testing testing so jetzt das großmembran röhren kondensator mikrofon von audio technica das at 40 60 was nicht mehr gebaut wird ebenfalls eine reine niere hat wie das behringer fast die gleiche ausstattung bloß kernkoffer also es hat ein kabel dabei was von dem mikrofon zu dem röhren netzteil geht weil das immer ein spezialkabel braucht man das natürlich hat eine spinne dabei es hat die schönen solide gefertigt ist aus metall und das mikrofon selbst natürlich was ein bisschen schlanker und unauffälliger ist als das behringer also weniger pausa mäßig man sieht da auch nicht das angeschaltet ist oder nicht und dann ist da das netzteil natürlich dabei netzkabel und so aber kein köpferchen dafür musste man denn das mikrofon wird nicht mehr gebaut circa das 8 9 10 fache ausgeben das hat also über 1000 euro gekostet ich weiß nicht 1200 1300 sowas also zehn mal so viel wie das behringer und es klingt auch ein bisschen besser also man hört das schon dass da ein bisschen mehr aufwand in der technik getrieben wurde nicht nur die röhren irgendwie selektiert wurden sondern auch das ganze mikrofon irgendwie besser gemacht ist also wer dann ein schöneres was nicht um die schöneres aber werden besser klingendes mikrofon haben will was nicht so pausa mäßig ist dieses behringer obwohl man wenn man behringer logo sieht es ist natürlich nicht unbedingt eine aufwertung für das studio aber wenn man sich nicht auskennt sieht es natürlich beeindruckend aus das behringer mikrofon auch so vom gewicht die spinne fasst man dann ja nicht an normalerweise und das sieht man da nicht also dieses at 4060 von audiotechnica klingt schon ein bisschen besser so vielen dank fürs reinschauen bis zum nächsten mal ja 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 ja